hier ist aber die origine johannes jetzt verdient mann rarer wäsch so jetzt wird was die denn über das kurze ok auf geht's um zwischengël das war süß zu klingen ok ok ach da bin ich nicht zu können scheiße er hat mich sogar erwartet Der Bömerang ist tot, der wird dich angreifen. Nein, der Schneiderkirchen auch, die ich kann greifen. Ja, ist das gut. Okay. Was? Achso. Okay, okay. Der ist eigentlich sehr leicht. Boom. 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 Fall runter, genau. Und zwar wird er aus dem Gleichgewicht gebracht, dann fängt er an zu taumeln, dann tritt ihn der und wir müssen... Ja. Ziemlich eklig. Auf seinen Arsch. Scheiße. So, er kommt jetzt taumeln, er wird vom Bömerang getroffen, fällt runter und wir verprügeln seinen Arsch. Dem hat wohl noch nie ein Arsch versorgt. Wie? Ah, die Musik ist gut. Boom. So, ist er jetzt. Und... Ne. Das ist richtig geil an der Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist richtig cool. Und der Endgegner ist auch, äh, der Zwischengegner ist auch irgendwie bezig. Da war ein Pfeiler. Äh, Käfer des Todes. Stürmkäfer. Wir sind in der Magie. Affe. Äh, schon wieder der Arsch. Was? Uh, uh, stell weg. Stell weg. Nein. Und weg. Mist. Totenfall. Totempfehler. Haha, viele. Oh, ein Bömerang. Oh Gott, er lebt. Ich bin die Fee des Windes, die in diesem Bömerang lebt. Dank dir wurde ich von den bösen Mächten befreit und konnte meine wahre Kräfte wieder erlangen. Bitte verwende diesen Bömerang, ihm wohnt all meine Kraft inne. Wenn nur die Kraft in diesem... Madadam. Okay. Das reicht. Ja, ich weiß doch, wie man den Bömerang verwendet. Meine Güte. Tudu. Was? Na, zumindest die Affen sind jetzt glücklich. Jo, also gut, dann suchen wir jetzt weiter. Du hast ein nettes neues Spielzeug. Und wir haben noch nicht alles gesehen. okay das ausdrücklich gedacht jetzt erst mal gehabt die wollen mich doch hier ernsthaft ich sehe gerade die kamerad schwache batterie das könnte problematisch werden also gehe ich hier raus ich habe mein schmierzeug abgegriffen nein ich werde zeigen wie man das macht gegner betreiben jetzt wird es so freudig freudig genau spring erst mal zurück zu dem ok springen ich fürchte dass er noch mehr haben gefahren dann sollten wir sie wohl alle retten und uns hinter und uns hinterher entsprechend belohnen lassen mann bist kapitalistisch wo und wo ja aus hat so vielleicht hätte ich noch diesen Tag warum 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 wo sind wir aber ich weiß es nicht okay sind wieder diesmal auch gut ja die gegner sind wieder da schmerz okay ich meine irgendwo kommen jetzt die freiheit weiter die spinne ist aber nicht da oder gut jetzt müssen wir hier weiter ok meine zumindest ich weiß es nicht mehr doch müssen wir ich bin so gut also genau jetzt schließlich den wind beherrschen und hier zeigt uns den Weg der Affiliate der Führer die Eheer was können wir jetzt machen ich habe keine Ahnung Euro war die Königin echt gut okay weiter geht ich gehe einfach mal gerade aus weil ich muss eben auch erinnern und jetzt nichts der Kompasskirchen er hat er hat Prozent Prozent er hat uns so gut überstehen es kann ich das nicht sie fast so aus als würden wir dafür die Hilfe dieser Aufmerksamkeit der Komponismus sollten wir eben auch noch die andere okay nur kurz erklärt wir brauchen 1,2,3,4,5,6,7,8 Affen die hängen sich da oben an dem Baum dann schaukeln sie hin und her nehmen uns mit und schmeißen uns da drüben hin das ist die ganze Logik ergibt Sinn so äh ja das ist jetzt ein bisschen doof weil die Kamera ist jetzt wirklich gleich leer deswegen werde ich noch den Gegner hier schnell besiegen und dann äh so jetzt stelle ich mich hier hin und wünsche euch noch viel Spaß bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal